in wenn wir es nicht schaffen haben man hier stehen auf dem Haus Prozent mit dem du sollst stehen bleiben Ja ne, das kann auch schon so nicht gut gehen. Obwohl, jetzt wäre es vielleicht nicht mal so schlecht gewesen. Ich nehme es doch mal aus. Und jetzt. Ja ne, das kann nichts werden. Ja ne, das kann ich nicht machen. Ja ne, das kann ich nicht machen. Wie, wie komme ich die Kette dahin? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das überhaupt was beim Kette. Das ist zum fucking verrückt werden. Okay, andere Strategie. Ich bin mir nicht mehr offen, ich bin mir nicht mehr davon. Da, die hier rauskommt. Ich bin mir nicht verheiratet. Und dann habe ich keine Ernährung. Gipfel, dann habe ich mir nicht zu eigenes Mal gesehen. Dann habe ich das richtiges Mal gesehen. Leiter? Muss ich da hoch? Ach du fucking shit! Das war... Ey, das war sooo klar! Das war... Klassklar! Ja, das... Fuck! Und vor allem... Das ist auch ein Problem, man muss ja unten dann wieder genau richtig hinkommen. Ich glaube, jetzt war ich zu schnell. Fipp! Ja, nee, jetzt war ich zu schnell. Das heißt, ich glaube, man muss schon fast so ähnlich in der Mitte sein. Dann da hoch... Und dann... Und dann... Meine armen fucking Beine! Das war schon mehr als knapp. Muss ich da hoch? Ja. Was? Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Genau. Aber das Problem ist... Wenn ich den da stehen lasse... Schauen wir mal, wie weit ist denn der Strom? Der Strom, der geht schon ganz schön weit. Und auf das Schild kann ich nicht drauf. Alter! Fuck you! Was geht denn das? Das tut mir immer noch an. Hm. Das tut mir immer noch an. Hm. Oh, Mann! Das war doch... Nichts! Ach, weil er fehlt... Ja, natürlich sterbe ich da auch, ey! Dreckige Scheiße, Mann! Ich habe ein wenig Gefühl, dass ich am weitesten komme, wenn er da schlanksam rollt. Aber das sieht auch mal nicht so gut aus, für mich. Hm, 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 hm. Hm. Aber ich glaube, das ist so ziemlich zur beste Möglichkeit. Hm. Ein bisschen anziehen, ein bisschen zurück. Und jetzt schauen, dass wir da möglichst mit dem letzten Sprung rüberkommen. Okay. Okay, 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 okay. Ey, das krasse ist, da könnte auch irgendwo fallen sein. Und du siehst das einfach nicht. Und vor allem habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht. Ich glaube, jetzt werde ich gleich enorm zerdrückt. Ja. Das war mir aber klar. Wieso sind da auch immer Steine? Das ist ein bisschen unlogisch. Ich meine, was machen die da? So. Ja, ich hoffe ich schon, aber ich glaube nicht. Jetzt. Aber jetzt. Wow! Wow! Fuck you! Da ist... nur mehr Strom. Na, natürlich. Haha. Was? Was von da? Ey. Habt ihr da nicht mehr alle? Ja. Und... Zack. Zack. Flipp. Ah, da oben sehe ich was, wo ich lange nicht muss. Aber jetzt sehe ich auch nichts mehr. Vielleicht muss ich da hochschauen. Ich sehe gar nichts. Oh, da ist da hinten vielleicht eine Schalte. Äh, sorry. Aber ich sehe wirklich rein gar nichts. Settings. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Hm. Wie wäre es denn, wenn wir die Kiste... Äh, ich sehe nichts. Also, ich kann wirklich absolut nichts erkennen. Tut mir leid. Also, ich kann auch... Strücke. Also, ich kann nichts drücken. Ich kann nichts sehen. Hm. Die Lampe kann ich auch nicht irgendwie irgendwie erreichen. Dass sie mir ein bisschen mehr... ...der rums macht. Nein. Ich kann da auch nicht rüberspringen. Dann falle ich natürlich runter. Hm. Ja. Gut. Also, nach diesem tollen Sperrpunkt... ...verabschiede ich mich erstmal für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Weil das ist echt ne Verarsche. Dafür springe ich freiwillig auf dieses Elektro-Teil drauf. Tschaußen.